Hey, was ist los? Hey, wach auf! Notrufeuerwehren Rettungsdienst in Dresden. Wo ist der Notfallort? Ich brauche ganz dringend Hilfe. Hier ist jemand umgefallen und er atmet nicht mehr. Jede Minute zählt. Bei einem Herz-Kreislauf-Fillstand sind zwei Dinge entscheidend. Der frühzeitige Notruf 112 und der unmittelbare Beginn von Wiederbelebungsmaßnahmen. Das heißt, 30 Herz Druckmassagen in einer Frequenz von 100 bis 120 und einer Drucktiefe von 5 bis 6 cm, gefolgt von zwei Beatmungen. Das durchgehalten, bis der Rettungsdienst kommt, kann das Überleben eines Patienten tatsächlich deutlich erhöhen. Das durchgehalten, bis der Rettungsdienst kommt. Das durchgehalten, bis der Rettungsdienst kommt.